Das Schloss Möllendorg ist ein Wasserschloss. Das in Korschenbruch nahe der Stadtgrenze zu Mönchengladbach im Ortsteil Herrenshof am linken Niederrhein zu finden ist Besitzer und Bewohner. Die seit 1166 nachweisbaren Herren von Möllendorg besaßen unter den niederrheinischen Adelsgeschlechtern eine bedeutende Stellung, die sich in umfangreichen Besitzungen manifestierte. Bekanntester Sohn der Familie ist der Benediktinerabt und spätere Zisterzienser Mönch Cäsarius von Möllendorg. Seine Schwester Irmentrudis von Möllendorg war Äbtissin des Benediktinerinenklosters Siedkirchen bei Bonn, wohin sie aus einem anderen Kloster durch den Kölner Erzbischof Philipp I. von Heinsberg versetzt worden war. Als Ende des 13. Jahrhunderts die Familie ausstarb, gelangte Möllendorg an die Herren von seinem Reiferscheid und um 1346 durch Heirat an die von Müller. Letztere benannten sich später nach ihrem neuen Stammsitz von Möllendorg. Ab 1621 war das Schloss in mehrfach wechselndem gräflichen und herzoglichen Besitz zuletzt in dem der Grafen von Ostain. 1700 erlangte die bis Ende des 13. Jahrhunderts selbstständige Herrschaft Möllendorg ihre Reichsunmittelbarkeit zurück. 1794 wurde die Region von französischen Revolutionsstruppen besetzt. 1803 kaufte Franz Gottfried von Merken die Anlage, die 1832 über dessen Nichte an die Familie der Freiherren von Willenweber ging. Die seither das Schloss bewohnt und pflegt, Baugeschichte. Unmittelbar am Ostufer der begradigten Niers liegt die weitläufige, von Wassergräben umgebende und mehrfach untergliederte Anlage. Sie wird von der im Osten liegenden Zufahrt erschlossen. Über drei Brücken gelangt man von der äußeren Vorburg auf die innere Vorburginsel, die 1263, 64. dem Kölner Erzbischof Engelbad I. zu lehnen aufgetragen wurde, und schließlich in die Hauptburg. Zwischen dieser und dem westlichen Außengraben liegt eine vierte Burginsel, die gänzlich unbebaut als Nutzgarten diente. Müllendorck, das auf vielen in den Auen der Niers erbaut wurde, beeindruckt besonders durch seine hohen Backsteingebäude, die eher wahllos aneinandergefügt wirken und die baumbestandene Landschaft überragen. Aufgrund seiner verschachtelten Silhouette entspricht das Schloss dem malerisch-romantischen Bild einer trutzigen Wasserburg. Ein 1559 datierter Wappenstein, der 1856 an die erneuerte Hoffront des Westturms versetzt wurde, deutet auf Um- und Erweiterungsbauten hin. Möglicherweise stammte er von dem neu errichteten Ostflügel, der auch die Zufahrt überspannte. Als 1591 Teile des gotischen Palas einstürzen, wurde dessen Hoffront vollständig erneuert und mit einer dekorativen Renaissance-Lotscha ausgestattet. Aus dem letzten Jahrzehnt des 16. Jahrhunderts stammen außerdem alle Dächer und die Laternen im begrünten Turmhauben. Gemäß der Datierung eines Mauerankers wurden 1630 der sechsgeschossige Nordostturm und die Ostfassade des Seitenflügels zu einer barocken Schaufront umgestaltet. Die neu geschaffene Pracht, die von einem barocken Terrassengarten mit kleinem Pavillon abgerundet wurde, bestand allerdings nicht sehr lange. 1642 wurde das Schloss bei kriegerischen Auseinandersetzungen beschädigt, 1655 und 1671 von spanisch-geldrischen Truppen besetzt, die die angestrebte Loslösung aus dem Lehnsverband verhindern sollten. In diesem Zusammenhang wurde der Arkadengang vermauert und Mitte des 18. Jahrhunderts der Südteil des Ostflügels einschließlich der Tordurchfahrt abgebrochen. Dennoch hat sich bis heute eine imposante Anlage erhalten. Heutige Nutzung Heute befindet sich auf dem zum Schloss Gehöherenden Areal ein 18-Loch-Meisterschafts-Golfplatz. Die Anlage wird vom Golfclub Möllendonk betrieben. Der Club wurde 1965 mit neun Spielbahnen gegründet und im Jahr 1980 auf 18-Loch erweitert. Der Platz bietet heute eine Herausforderung für alle Spielstärken. Die im Schlossberg mit altem Baum bestand, eingebe Tätenspielbahnen sowie die zahlreichen Wasserhindernisse verlangen eine gut überlegte Spielstrategie, Denkmalbeschreibung. Dreiteilige Wasseranlage, Herrenhaus, Wengeellbau mit großem Eckturm und Treppenturm, von innerer Vorburg nur Tortscheim erhalten. Äußere Vorburg Dreiflügelig Hauptbau Substanz mittelalterlich Erweiterung 16. Jahrhundert Umbau 17. Jahrhundert Wirtschaftsgebäude 1705 1856 Hoffassade des Hauptturmes erneuert, im Erdgeschoss Rundbogenfenster, darüber Balkon Neue Quergesimse, neue kleinteilige Fenster, insgesamt an Vorgängerfassade angelehnt, aber dünnere Formen, Kapellenausbau im Untergeschoss Die Ölgemälde stellen Szenen aus der Geschichte Christi dar und stammen aus dem 18. Jahrhundert. Signiert sind die Ölgemälde mit dem Namen Jakobus Sitterich. Das ist die Ölgemälde mit dem Namen Jakobus Sitterich. Das ist die Ölgemälde mit dem Namen Jakobus Sitterich. Das ist die Ölgemälde mit dem Namen Jakobus Sitterich. Das ist die Ölgemälde mit dem Namen Jakobus Sitterich.